Guten Tag liebe Zuschauer, Stummtsinn Production hat eine äußerst heikle Dokumentation über Bühnentechniker erstellt. Es ist gelungen, das merkwürdige Verhalten von einer ganz außergewöhnlichen Spezien in Bildern festzuhalten. Wir wissen, dass es sich hierbei um hochbesandtes Foto- und Filmmaterial handelt, welches wir nach langem Ringen mit uns einem breiten Publikum präsentieren wollen, denn die Bilder, die Sie jetzt zu sehen bekommen, führen Sie auf erschreckende Weise in eine uns sonst hinter Kulissen verborgene, geheimnisvolle Welt. Die Welt des Bühnentechnikers. Manchmal werden Sie nicht ganz verstehen, was er und warum tut. Das ist nicht schlimm. Er weiß es oft selbst nicht. Auch wir waren anfangs verstört über Geräusche, die fern von jedem menschlichen scheinen oder plötzlichen Irrsinnigkeiten, die wir weder verstehen noch fassen konnten. Kann ich mir eventuell noch was singen? Weiter vom Guellen Scheinwerberlicht. In der Kulissen ist ein Platz. Hier hält er alle Fäden in der Hand. 13er Schlüssel, dein größter Schatz. Im Dämmerlicht, da kam man ihn kaum sehen, ein stiller Umbau wie von Zauberhand. Wenn du ihn ziehst, ist es um dich geschehen, doch bescheiden steht er hinter seiner Wand. Ein voll von vielen Worten ist er nicht, du solltest aus dem Wege gehen. Das ist erst mal wieder an, das Licht muss alles am rechten Leckstehen. Ein leises Raunen geht durch den Raum. Leises Raunen geht durch den Raum. Nur einer kann so schnell Häuser bauen. Leises Raunen geht durch den Raum. Wenn andere glauben, er sei verrückt, da nie gehörte Töne ihm entfliehen. Kommt zwar eine Zentner schwere Wand, die drückt, doch das wird sie schnell verziehen. Die Pyramiden wären fünfmal so hoch, hätten Mütchen die gerne angebaut. Hält dann, die er täglich tut, rügt er sich mit keinem Laut. Das Holz der Bühne und seinem Schweißgetränk geht zu deiner erschweren Wand. Neue Aktion, regt sie einfach fort und nimmt was in die Feier an. Damit kann man so hoch und nimmt, aber es ist nicht schmerzt. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020